assalamu alaikum meine lieben hier ist wieder die radiga guten morgen morgens um 5 uhr 30 fast 6 der koffer ist hier wir haben einen anderen koffer neue chip gekauft für jones ich hoffe da will die ganzen dinosaurier nicht mitnehmen hier der king der geht mit der darf auch mit ins hotel ja die sachen sind frisch gebügelt king darf auch kommen jonas ist auch schon ganz aufgeregt hier frisch gebügelt vom bügelmann und hier genauso machmut sachen und mama geht jetzt schnell duschen und dann machen wir die animals und dann wecken wir die anderen und zack machmut duscht und sofort fahren wir los ja endlich ist es soweit leute du hast gestern nacht geduscht aber du bist wieder raus und deine füße sind wieder dreckig wir können mit staub füßen du bist so eingeschlafen nur die füße märchen ok um elf woher weißt du um elf glaube ich genau kopf nach hinten kopf hoch heißt es eigentlich kopf hoch aber er meint kopf nach hinten jetzt haben wir den jones frisiert machmut hat den letzten schliff gemacht er hat sich jogginghosen für die fahrt besorgt das ist ganz ungewohnt machmut in jogging in training naja der is a woman she say you are so attractive noch einmal und ich blockiere dich und man sagt zu meinem mann ist attraktiv naja ich mach mir spaß mensch what should we do jalla mause ist schon draußen wir fahren jetzt los also ich habe alles vertiker den juni sein gil nehmen wir noch mit und dann geht es los der king der kommt auch mit und ja dann put all the in the shanta die bürste müssen wir auch noch mitnehmen vergessen wir alles so moment also hau es sich sauber alles zu here i close everything and it's clean i don't know was ist jetzt hier wieder passiert also so sieht ein sofa von innen aus when we come back we must fix it the sofa is broken you saw it naja so ist es okay so alle papageien hier nur dann kommt die schwieger die schwägerin und füttert die alle ja heute mittag ich habe sie eh schon sie soll halt zweimal am tag gucken nach ihnen licht lassen wir an abends wird ausgemacht und halt ventilator muss 24 7 an lassen weil das viel zu heiß hier ok schön schaui bald dürfte er in die voliere und coco kriegt bald seine kiki wenn wir zurückkommen marschall ich freue mich so sehr jetzt halt meine schuhe wo sind die jetzt ich kann doch nicht mit ach die alte schuhe gell ich habe doch auch schipp schipp gekriegt von meinem mann wir haben wir kaufen immer wenn wir in urlaub fahren schipp schipp weil wir können ja die dorf schipp die kaputten dinge nicht mitnehmen halt jetzt muss ich die schuhe anziehen der mercedes ist warm gelaufen meine neuen schipp schipp schaut wie das aussieht vorgade dorf zivilisation willkommen jalla halt ich gebe noch die blumen der schildi ach die hat vier stück hier guck super eine handvoll blüten guck mal die frisst schon ich habe auch hier so gras getrocknet also die verhungern nicht weil die schwiegerelten wissen ja nicht die schwiegerfamilie was ich denen gebe also die haben jetzt genug futter für drei tage das langt der schwägerin habe ich gesagt ein paar mollochea blätter kann sie geben hat er hier gegossen machmut ja super der hat heute in stall gemacht alles pönü will gehen entschuldige bitte wir müssen auch mal in der urlaub ich weiß ganz kurz michael jackson ich habe ich nicht vergessen alles gut mit dir ja stress michael geht es gut hallo tschüss die haben zwei wasser das land auch erst mal bis morgen futter ist gestern auch gekommen alles also alles gut oma sitzt schon auf der ding auf der bank und sagt uns tschüss es ist 7 uhr 30 abfahrt so mausi sagt schon ihr ist schlecht das fängt schon gut an machmut das ist nicht so gut das ist nicht so gut wir müssen nochmal zurückfahren die kinder können wenn sie angeschnallt sind nicht richtig am fenster gucken das heißt wir brauchen der geht arbeiten die arme will auf mit ich vermisse dich sagt sie die schwägerin träumt vom meer die hat noch nie das meer gesehen deswegen habt ihr jetzt sitzt ihr auf den kissen ist es besser und jones du auch perfekt und deine spucktüte hast du auch warum hast du deine haare nicht zu gebunden ich habe sie eingepackt in meiner handtasche hamdallah genau er lasst alles liegen und ich muss alles zusammensuchen jetzt erklärt ich weiß ok schön kalt ah das haben wir auch aus deutschland hat die maren gekauft und bezahlt ein mehr ist es klar das ist wieder heiß guck mal die kriegt alles von oben ah nein na da können wir dann geht das von allein wieder zu ah das große ok ok jetzt geht es los ah ich habe gerade gedacht was stinkt hier so der macht gerade seinen brill an nein leute guckt nicht was ich wieder trink schwebs boah ich dachte das stinkt so das brill jetzt klackt er nein da vorne der gas der tankt gas und guck mal wie das boah das ist umweltverschmutzung nicht gut für die environment krass es ist ganz schlecht es ist ganz schlecht in zwei jahren sind solche autos sagt der mahmut wahrscheinlich nicht mehr zulässig in ägypten oh look this boah in germany this is out of order nobody can drive this also jetzt gucken wir mal wir haben schon den abrodainer wieder eingeholt und das war mal weil wir ja die kissen geholt haben jetzt werden wir ihn wahrscheinlich wieder sehen weil wir eingekauft haben wir haben lutscher geholt und ein paar chips damit die kinder was beschäftigt sind mit der gosch nicht viel reden nein nicht deswegen sondern take care wegen lutscher damit die mause nicht spuckt vielleicht hilft es die tüten haben wir auch schon alles organisiert also ja now we will see jetzt bin ich aufgeregt ein bisschen ein bisschen ein bisschen ja wir sind wir bei jauharda gegangen ihr wisst ja immer noch nicht in welches hotel wir gehen hahaha das wird eine große überraschung also horgarda wir kommen nach monat nach monat lieber langsam also das ding hier ist ein geschenk vom abrodainer also der mann du immer wieder kommt nicht und sagt der second wife der ist die zweitfrau der abrodainer der mann Das ist so Parfüm-Zeug, aber mir gefällt es nicht, den Kindern gefällt es und Mahmoud, also mir muss halt immer alles gefallen, der Geruch, naja. Jealousy. Jealousy. Eifersucht, naja. Was auch machen? Ja. Ich denke, Aburudina ist schon in der Arbeit. Er arbeitet ja an der Tankstelle, an der Kasse, mit Computer, mit Gumbiuter. This is not the, this is the safety, security. Das macht immer so, als ob du die Warnblinklichtanlage an hast. Manchmal. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Und dann habe ich auch den Verkäufer gefragt, was das sein soll. Sagt er, ja, security. Wenn es stimmt. Oh, die warten ja auf dem Bus, die Leute. Und da hätten wir die Tankstelle da, aber ja, der wird schon da sein. Na gut, fangen wir mal weiter. Anyway, we drive now right. La. We are right, left. Wait. But not directions so haak. Ich muss selber überlegen. We must first go to Kena, or not? Ja. Ja. First Kena, and then not so haak. So haak is here. So haak is here. So haak is here. Oh, ja. Du gehst auch nach Horkada. Mit dem Köferle, da fahren die immer nach Horkada. Kena. Erst Kena, dann Safaga und dann Horkada. Naja, Safaga, dann Makati Bay und dann Horkada. Hier übrigens, habe ich schon mal erwähnt, in den Videos kommen manchmal Reisegruppen, die nach Luxor fahren. Die halten hier an der Tankstelle, beim Abrodaina. Wenn ihr irgendwann mal einen Ausflug macht nach Luxor, kann sein, dass ihr ihn hier seht. Na, das ist Naga Hamadi, die Tankstelle Smile. Könnt ihr mal Ausschau halten. Und wenn ihr einen sympathischen Mann an der Kasse seht, sagt ihr, seid ihr, bist du Abrodaina? Dann sein Gesicht. Maybe the tourist come and see Abrodaina and say you are Abrodaina. Ajoa, Minin. Dann guckt da Blades. Das müsst ihr mal machen, wenn ihr den seht. Bis jetzt haben sie sich noch nicht gestritten, Tom und Jerry. Till now they don't fight. Ja, sie will den Pool sein. Ja, sie will den Pool sein. Ja, der Poolse. Der coolste von den Pool. Ja. Tippisch Boy, cool. Guck mal, jetzt sind wir Ruhe, Younes. Leise. Leise. Er ruft immer Wal Wal. Ach, und der Nil, jetzt sieht man ihn ein bisschen besser. Wir sind in Kena. Hier gibt es keine Wale. Oder keine Eier? Auch nicht. Die sind nur, die sind nur im Salzwasser. Baba ist gerannt wie ein Hase, gell? Mausi, die ist am Essen die ganze Zeit. Die ist und ist und ist. Und nachher spuckt sie. Was machst du da? Du brauchst gar nicht hier denken. Du fährst irgendwo hin. Ich will wieder Sprite. Die haben wir jetzt noch nicht aufgemacht. Das ist keine Sprite. Das ist... Mohn und Pfefferminz. Gut. Die Kinder, gell, als ob sie... Die Mausi, hast du die ganze Chips hier jetzt gegessen? Ja. Noch nicht. Und du? Ihr esst, als ob ihr noch nie was zu essen gekriegt habt. Ich habe nur einen Chips hier gegessen. Und dann mein ganzes... Vor lauter Aufregung, gell? Die haben zwar gefrühstückt zu Hause, aber hier noch... Ich habe das nur für unterwegs, für den kleinen Hunger. Naja, bald haben wir nichts mehr. Für den kleinen Hunger. Ich habe meine Chips-Tüte auch, aber da habe ich nur zwei rausgenommen. Die schmeckt übrigens lecker. Mit Gouda, oder was? Zwiebeln und Kräuter. Lecker schmecker. Bismillah. Ja. So. Ich verpasse immer sein... Ich verpasse immer sein Gerenne. Why you run so... Oh, this is all for you. Ja? I know fish sharing. I know fish sharing. Schnall dich an und halt dein Klapp. Der hat gute Laune, der kleine, du. Heide. 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 Also in Kena, Mahmoud. Mahmoud, don't make this, please. Heide. This is not working, because open from alone with the timer. And then the children must close tiny. You don't see this before. Bitte. Doch. After two minutes open alone this car. Einen Fehler haben wir schon gefunden. Und was hast du jetzt hier für Sandwich? I'm afraid, you know, I don't eat this. Last time you remember what happened. You will not say now what. Mama hat ganz starke Bauchschmerzen bekommen. Ach, you see? Open tiny. You see? Tick. Macht eure Türen jetzt wieder zu, Kinder. Hast du zu, Younes? Nein! Ja! Nein! Ja! 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 Nein! Guck mal der Wasserfall. Ein Wasserfall mit einem Delfin! Okay, so. Take care, slowly, slowly, slowly. Mal der Hund der geht mit dem Gassi. Der gehört zusammen. Iowa, looking together. In Germany, will often, oh, I cannot say this, but you think it is insulting. Der Hund sieht aus wie das Herrchen, aber der look similar. we say the dog looks like the owner and this was the same ja wenn du es hier sagst, dann sind sie sauer also weiter geht's, ab in die Wüste mit uns wir sind in der Wüste, der Bus fährt auch nach Horgada, voll bepackt mit Koffer nach Hohen fährt 100, merkt man gar nicht, wo ist Aziza da? 105, oh, I'm sorry mit Aziza mit 100 hat es gewackelt das Auto, but this car is heavy when it's driving for you not? when you are fast, I mean, that you don't feel like so it's not good or what? mal, as you get used from Mercedes, you know der ist nicht schwer genug das Auto, nicht so wie ein Mercedes Ach, Kitabat, ein German Car, what do you think from my hometown? Stuttgart, Mercedes-Benz, haja, haja, haja mein Stuttgarter, wir wissen wie mein Auto baut und Porsche hennen wir an, Porsche und Mercedes Porsche ist also in my hometown Stuttgart, Akitabat Porsche Fabrik und Mercedes und Audi, come on, Audi da bin ich aufgewachsen in Neckarsulm und Ingolstadt bin ich geboren das könnt ihr mal sehen, Audi aber ich kann Audis nicht leiten wenn man das ganze Leben nur Audi sieht ich mag die Dinger nicht kann man hier ein bisschen leiser sein? ja, wir sind leise Mr. Yunus will schlafen okay, Hallas Hauptverkehr jetzt machen wir die Klappe dicht der Mr. Yunus schläft wir trinken jetzt hier einen Kaffee und gehen Pipi machen ich bin heißer Kakao heißer Kakao kann man in der Hitze zieh dir sofort Schuhe an Yunus, wir gehen doch nicht mit dem Ding Yunus, Mahmoud his Schuhe komm Schuhe you must go to the toilet es fängt ja gut an du wobei barfuß laufen ja super gesund ist es gibt ja so viele barfuß Läufer mit barfuß Schuhen aber hier in Ägypten ist das nicht so eine gute Idee erstens wegen der Hitze wenn man irgendwo oben in Alexandria wohnt in Kairo kann das passieren dass es okay ist aber hier sehr heiß außerdem sind überall Scherben Yunus, geh weg, da ist ein Hund Yunus musst du noch gebissen werden brauchen wir das jetzt noch vor dem Urlaub der ist doch nicht tot der schläft dass du auch nicht hörst deine schöne Frisur ist kaputt ich bin mit dem Jauhara gegangen und ich bin geändert ja ja hallo halli hallo da sind ja da muss man bezahlen tun wir doch jedes mal einen Pfund rein ja es auf jeden Fall schön sieht es aus gell langer Flur also die Tankstelle heißt hier Ramsatamanin 58 Kilometer warum auch immer 58 na Galaxy da sind die teuren Schokoladen drin Mahmoud wird hier noch zahlen die gucken hier einen Actionfilm so dann gehen wir mal raus oh was ist denn das Titos lecker ja im Endeffekt ist das alles Uxun Burritos magst du die mit Käse aber sie haben noch Chipsy Mausy die sind hier doppelt so teuer Popcorn das kriegst du im Hotel für Umme komm wir sparen jetzt immer an der falschen Ecke gespart so guck mal mir gefällt diese Vase die hat was gell schöne Vase und was ist da drin nix Müll ja hier war ein Shop aber der rentiert sich natürlich nicht kommen keine Touristen mehr der wird dann wieder kommen wenn es wieder anzieht alles aber wir Junis typisch wir haben schon ein paar Autos gesehen Reiseleiter Autos das siehst du ja immer ob das ein normales Auto ist oder ein Touristenfahrzeug das kannst du im Nummernschild erkennen ich glaube da steht immer RS dran an der Seite ich glaube da hinten sind auch wieder welche und das sind immer die neueren guten Autos ne so so ein Auto wird jetzt zum Beispiel nicht mit Touristen gefahren nur die Kia und die guten Mitsubishi Mause das ist alles Privatbereich da gehen wir nicht rein das ist eine Küche hier wahrscheinlich der Pizzabäcker oder was ja das ist halt jetzt leer weil keine Touristen da sind ja Leute ich weiß ihr wollt gerne sehen wir werden natürlich in Horgala sehr viel filmen auch wo wir hingehen wir werden Fisch essen gehen wir werden auf den Markt gehen nach der Haar wir zeigen euch alles wo wir hingehen wir sind in der Mamscha ja Kinder muss das sein guck mal da unten ist der Hund und dann springt ihr da runter Hallo Kina Kina Sonnenmilch müssen wir auch noch kaufen Badeschuhe und ein ein Kleidchen für die Mausi das ist ein Major das ist ein für junge Mädchen so ne bis zum Knie und wahrscheinlich bis hier so T-Shirt mäßig man soll sich ja langsam langsam die Kinder an die Hitze gewöhnen ich mach das halt so es gibt auch Ägypter die machen von Anfang an die lassen die Kinder von Anfang an langärmlich dann haben sie später überhaupt keine Probleme aber ja ich bin ja auch wenn sie dann sagt mir ist es heiß dann lass sie das wird schon noch langsam langsam sagt auch Mahmoud wir sind da locker das wird zwingen oder das bringt nichts du brauchst hier kein Versteckesmausi du bist wie alt jetzt entschuldige mal wir sind hier auf einem fremden Gelände wir verstecken uns hier nicht jetzt geht er aufs Klo guck Junes komm raus so braucht wieder 10 Jahre hier ja immer der Polizist spiel ich die Mama und mein Mann relaxt hält hier eine Pläuschchen hm was gibt es denn hier ah ja brauchen wir nicht wir brauchen nix Mäuschen nachher gibt es wieder nachher spuckst du guck mal dreh dich mal um vom Autofahren zerzausen die Haare vom Wind Camara ah das ist das Gute ok das kaufen wir dann 1,2 das schmeckt nämlich nach Nutella das können wir uns reinziehen Maschi komm Udi guck mal das willst du du auch fertig gehen wir das ist der Cappuccino kalas immer wieder faszinierend die Berge immer wieder faszinierend die Berge in der Wüste die Maus ist heute gar nicht schlecht, gell? ach die Schnee pssst lass ich schlafen dass ich später rutschen kann go to the other side mach Mut mach Mut mach Mut Hilfe wir machen jetzt grad Fahrerwechsel guck dir das an Stille eine Stille außer den Motor hörst du und mich boah boah super super Sache wir haben gestritten mit Fighting-Namen wir zwei naja muss man streiten im Urlaubsauto mit heilen Wellen wir sind nicht in der Familie Mahmoud kann es nicht mehr hören in Deutschland es ist alles besser in Deutschland wir fahren so in Deutschland Mohammed ist so ja wir werden ja ah naja inshallah in 70 Minuten wir fahren wir fahren nach Hergada ja und bist du angeschnallt? ich habe drei Musmar von unserer Fahrer und fahren langsam genau wirklich wir haben drei Schrauben ja von einer Fahrer ja wach nachher 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 man hat ein nachher da ja du musst das Telefon lernen Guck, wie schön da das Glocken ist. Jetzt kann man schön sehen. Schaut die Leute. Ja, kann man noch mal dazu sagen. Mahmoud war beim Mechaniker um den Tachometer zu reparieren. Ich weiß nicht, zwei Stunden hat er gearbeitet. Zwei Stunden hat er gearbeitet für eine Debt. Und wie viel du payst? 50 Pounds. Und das funktioniert immer noch nicht. Du hast Proof in der Elektriks in Hergada. Wir checken mit dir. Das ist wichtig. Der Pferd fährt mit seinen Steinen. Hier muss man hoffen, dass man kommt. Schau mal her, die Luxor-Steine. Woher ist denn hin damit? Ticker Ticker ist geblitzt worden. Und der Typ hat uns gerade angehalten und sagt, ja, alle Papiere gezeigt, bla bla. Und sagt, also, Fisurat el-Karabeo. Was sagt er? Fisurat el-Radar. Ah, Sura el-Radar. Also ein Bild vom Radarbild. Ah ja. Also sind wir geblitzt worden. Ich habe das noch nicht mal gemerkt. Es war 60, ich bin 100 gefahren. Haben wir jetzt Strafe gezahlt, 100 Pfund. In Germany. Nein. Mein Mann wollte noch nicht mal das Bild sehen. Sag ich, ach, jetzt stimmt das gar nicht. Nein, jeder glaubt es. Na gut. Alles klar. Also in Deutschland will man halt Beweise sehen. Das kann ja jeder behaupten. Okay, wir sind schon schneller gefahren als 60. Das stimmt. Aber trotzdem will mir das Bild sehen. Oder nicht? We don't need to see the Sura. We are in Kausar. Our order area. He was living here. Ah, this is the MTS car. Even. Wir gehen jetzt zu MTS und holen unseren Hotel-Schein ab, damit wir ins Hotel gehen. Wir haben es über MTS gebucht. Ah, Agne Beya. Mashallah. Eine deutsche Engländerin oder Russin. Now I must remember. This is the street from MTS. We must go to this street. This is all new here. All new. The street is still broken all. The new shops, I think. Ah, you are. Now we go right, I think. Go right. Go right. We should visit there. Go right. Go right. Oh, our old flat. Look here. Here we was living Mahmoud. Oh. Oh, that's right. Oh, yeah. Wait. We turn round. We go anyway under it. Here. Here in the Gebärdik, in the right up where is the air condition. That's where the air condition is. Guck mal, hier haben wir gewohnt. Im zweiten Stock, schon mit den Fingern, nicht mit meinen. Im zweiten Stock in dem Haus Beigen. Und hier war der Eingang. Ist die Palme noch da? Da haben wir was vergraben, Hamut. Hier haben wir unser... Es hat eine Fehlgeburt und die ist hier begraben. Da muss man ja auch mal sein. Ich sage das schon, die Leute wissen. Wow, es ist alles neu hier. Neue Schäfte. Es war nicht so. Hier haben wir früher gewohnt, der Papa und die Mama. Haben wir schon geboren? Nein, du warst noch nicht geboren. Aber du warst schon in meinem Bauch. Das war echt wunderschön. Wunderschön? Ja. Ja, das war sehr heiß hier. Old. Old Coffee Restaurant. Where is it now? Und da bin ich jeden Tag dahin gelaufen, zu der Firma, zum Arbeiten. Ich habe in der gleichen Straße gewohnt. Ich denke, es ist eine große Haus. Iwa. How old are you? La. Iwa. La. Opa. MTS. Guck mal, ich fahr vorbei. Ich steppe. Mariken, hier. Malas, du gehst in. Saat? Ja. Mach.